Hi, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Nutzung von BigWelfTV. Ich will ab, mir mittlerweile Woche 87, meine ich, ich schau nochmal, ja, Woche 87 angekommen. Die kleine liebe Luna ist wie immer mit am Start die Hübsche. Ja, die kleine Süße, die kleine Süße Luna, ja, 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 ja. Maus, gell? Und zwar, meine lieben Freunde, haben wir gehabt, ich komme zu den Kommentaren, der Alas, der Kommentar kommt diesmal vom lieben Peter und er hat geschrieben, 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 mal englisch ist nicht gut, er hat geschrieben, super, bin stolz auf dich, weiter so und Daumen nach oben, danke dafür und der nächste Kommentar kommt von girlygirl4101999 und sie hat geschrieben, Hi René, super, es klappt weiter so und ein zweimal Smile dahinter, danke dafür, super Kommentar, freut mich und der nächste Kommentar kommt von den lieben guten Andy und er hat geschrieben, super, weiter so, auch danke für deinen Kommentar. Ja, das war es die Woche von den Kommentaren, waren diesmal nicht so viele, aber ist nichts schlimm, ich freue mich über jeden Kommentar, der kommt. Und dann haben wir die Woche, was haben wir die Woche erreicht? Ja, wie ihr wisst, ich darf immer noch nicht so Sport machen, eigentlich immer noch nichts, wirklich, ich darf es einfach nicht. Ja, deswegen ist da auch nicht viel passiert. Essenstechnisch habe ich ein bisschen was geändert, nämlich ist es weniger geworden, also ist es immer noch so, dass man gut leben kann, aber es ist halt weniger. Und da schauen wir dann mal gleich rein, was ist denn da dadurch, was ist das so auf sich hat, weil hier Sport ist nicht viel, ich bin zwar gelaufen, aber auch nicht so extrem wie immer, also wie sonst, das darf ich ja auch nicht, noch nicht. Ich werde am Mittwoch fragen, Mittwoch habe ich den Arzttermin, wie es weitergeht, das werden wir dann sehen, aber ich möchte auch nicht zuhaubterob, wie das dann mal schief geht, da haben wir auch nichts von. Ja, deswegen oft mal da bis Mittwoch abwarten und dann schauen wir weiter. Aber wir haben gehabt letzte Woche, am Freitag haben wir gehabt, diesmal habe ich nicht am Freitag gemessen, sondern am Samstag. Ja, aber es ist nicht so schlimm, wir haben trotzdem eine Woche, also ich weiß noch mal von eine Woche, von eine Woche, ihr wisst Bescheid. Also ich habe quasi gestern gemessen, wenn ihr das so seht. Und ja, ich habe gehabt, letzte Woche Kilogrammzahl waren es 118,2 Kilogramm und jetzt haben wir die Woche 118,8, das heißt plus 0,6 Kilogramm, also geht es doch leicht nach oben. Aber ich sage mal so, es ist nicht mal ein Kilo, das ist alles im Rahmen, also das ist, ist nichts Schlimmes. Fett haben wir gehabt, 36,9 und neu haben wir 37%, also auch nur plus 0,1%. Bei den Wasserwerten waren es 46,1%, jetzt haben wir 46%, also minus 0,1, das ist das Kuriose. Fett geht rauf, Wasser geht mehr, ihr wisst Bescheid. BME Airbahn 2374 und neu sind es, nicht 2000, doch, 2374, dächtig, jetzt muss ich nochmal ein bisschen gucken. Ja, und neu sind es 2382, also plus 6 Kilokalorien. Bei den AMR-Werten waren es 2730, die alten und neu sind es 2739, also plus 9 Kilokalorien. Die Muskeln waren 36,4 und neu sind es 36,3, also minus 0,1%. Bei den Knochen waren es 50,5 Kilogramm und neu sind es 50,6, also plus 0,1 Kilogramm. Und der BMI waren 34,5 und neu sind es 34,7, also plus 0,2. Das heißt, im Großen und Ganzen ist nicht viel passiert, das ist alles so ein, ja, sowas passiert immer. Da mache ich mich auch nicht verrückt, also das ist für mich irgendwo sagen, gut, es ist stagniert, es ist gleich geblieben. Dafür ist es aber kein Sportmache derzeit und weil es ja nun manchmal nicht geht und, ja, finde ich, mit dem Essen haben wir doch da gut gebrockt. Bin ich voll zufrieden mit, mal schauen, wie es nächste Woche weitergeht, ob ich ja nicht wieder Sport machen darf, das werden wir dann sehen. Ansonsten, meine liebe Freunde, war es das von dieser Woche, diesmal ein bisschen kürzer als sonst. Ja, ich sage vielen, vielen Dank fürs Reinschauen, meine liebe Freunde, liebe Leute, Daumen spreizen, nicht mit Likes, geizen, lasst NABU da, falls noch nicht passiert, aktiviert die Glocke, dann habe ich es noch verpasst. Ich sage, hi, ten, bis denn, die liebe Luna sagt auch noch, auf Wiedersehen. Jetzt hat sie ihr Häuschen mitgebracht, hey, jetzt hat sie ihr Häuschen mitgebracht. Boah, mit den kleinen Mausen, mir geht auch gleich wundern, Menschheit, gell? Wie können lausen, jo, 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 jo. Guck mal rein, kommt weiter. Magst du dich nicht, gell? Und du guckst mich gerne in der Kamera, alles würde gerne mal machen. Dann sage ich vielen, vielen Dank dafür, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal, ich freue mich schon drauf. Wenn ihr mögt, schaltet heute Abend mit 1, 18 Uhr bis 20 Uhr das Gemeinschafts-Stream. Wollte mich sehr freuen, also bis dann, auf Wiedersehen, hi, ten, bis denn.